Einmal den Weg frei machen würde. Danke. Oh wie wunderschön. Ich war einfach erstaunt von der von der Magic. Schnell, 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 schnell. Moin. Achso du bist es. Ich mach' natürlich so. Komm her du. Und zack. Nicht mit mir Freunde. Zack. 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 Oh yeah. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Was ist da? Eine Erinnerung. Wiederhör. Lass die nicht kommen. Aber ich guck noch trotzdem. Trotzdem hier oben mal. Ah, da sehen wir die Kritzelei noch mal deutlicher. Nur da fällst du wirklich hier hoch? Mag ich schon wieder alles gar nicht noch. Zack. Was ist das hier? Zack. Was ist das hier? Gern. Gern. Entschuldigung. Komm ich da nicht raus? Hilfe. Aha. Einfach da durchbäschen. Aber das hatte beim Boss auch nicht funktionieren. Nein, das war? Wenn wir nur noch ihre wisdom aufzüren. Dann könnten wir eine Weapon aufs Leben werden, um unsere Leben zu herbeziehen. Diese Projekte waren da nur eine Chance für ein Risiken. 770 Karma haben wir, ne? Wir können nix kaufen. Ah, die Maus muss weg. Das ist ja... Oh, bei Adira fällt uns sogar noch ne Erinnerung. Oh, ja, äh, peinlich, würde ich sagen, nicht drauf geachtet, würde ich sagen. Einmal Ruh. Einmal Ruh. Okay, links oder rechts? Wir waren hier nicht, dann gehen wir, ja, hier. Okay, die Wege werden wieder später frei sein. Geht mal von aus. Oder hier mit, blubi, blub, blub. Ja, hallo. Nimm doch den Bogen raus, junge Dame. Und da ist der Tropfen. Kennert, einmal hier, bitte. Einmal hier, wie gesagt. Zack. Aber beide, oder? Was willst du denn? Gut, dann mach ich jetzt mal euch. Okay, weiß ich was? Ich mach jetzt mal dich. Pam, pam. Und dann werde ich einfach den hier machen. Wumms. Oh, und weg mit dem. Mit dem Headshot. Letzte Worte. Pam. Tüldü. Hitsch. Das heißt, hier haben wir noch so'n Fallending. Aber hat nichts zu sagen. Ja, mit blubi, blub, blub. Blubi. Gehen wir ja. Hier hinten hin. Warte, hier hin. Hup. Nee, warte mal. Wo gehen wir mit blubi, blub, blub hin? Ich weiß gar nicht, ob wir das hier wegkriegen, aber... Das war nicht gemeint. Sondern... Wo ist denn jetzt der Weg? Hör, hier war doch irgendwo versperrt. Bin ich ja doof. Oder ist das jetzt weg mit der Blume? Ich glaube, das ist mit der Blume zusammen weggegangen, ne? Ich glaube, wenn wir hier das alles fertig haben, Obwohl da so'n Blumenschrein, den können wir ja jetzt schon mal machen. Obwohl, wie gesagt, Blumenschrein, die bringen uns gar nix. Weil denn, wir wollen hinterher irgendwie alle Masken holen, auf Maximum oder so, falls es geht. Kling, 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 kling. Oh, 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 oh. War ja klar. Das war ja klar wie Klosbrühe, dass ich da nicht rüberkomm. Aber wir rüberkommen müssen. Weil ich so doof bin. Jemand Sprung ausgepackt. Da kommen wir auch noch nicht durch. Kommen wir auch später erst durch. Uh, wo sind wir hier? Hallo? Du siehst verdächtig aus. Mal eben hier ein bisschen rum. Da ist heilen, da ist heilen. Oh, warte mal. Ping. 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 Wenn ich hier nicht Meisterschütze bin, dann weiß ich auch nicht. Ja, wohin? Ja, wohin? Ja, wohin mein kleines Blubbelblub? Ah, Maske. Alles klar. Alles klar. mit kleines Blubbelblub? Dig. Der Eager Og weil er W 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 D prison nach DMinix Kriegte ich nicht, oder was? Jetzt haben wir nichts. Jetzt. Ich hab ihn getroffen. Berwick dich nicht so viel. Berwick dich nicht. Ja, okay. Oh, wenn wir ihn getroffen haben, können wir hin und ihn angeben. Pam. Oh, doch. Ich hab getroffen, ja. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Von oben kommt er einfach nur noch. Autsch, autsch, autsch. Okay, ich muss zugeben, an dieser Stelle, das ist die Stelle, wo ich bei einer Streamerin geguckt hab. Und sie hat Schläge ohne Ende gekriegt und ist nicht gestorben. Und sie ist ja, ich krieg hier fünf Schläge und sterbe. Entweder hat sie auf Leicht gespielt und hat mir einen vorgelogen, weil ich gesagt hab, auf welcher Schwierigkeitsstufe spielst du denn? Weil er schießt die ganze Zeit auf dich und du kriegst hier keinerlei Damage ab. Oder ich habe aus Versehen auch schwer, aber glaube ich auch nicht. Müsste ich meine erste Folge noch mal gucken. Autsch. Guck mal, ein Schlag. Ich bin vierteltot. Deswegen hat sie auch so gut in dem Spiel gelegt. Ich krieg hier alles ab und sterbe. Fass. Jetzt geb ich mir auch mal so ein bisschen. Weg. Ich brauch auf jeden Fall... Oh. Ich brauch auf jeden Fall mal einen Kotz. Heilung. Ich weiß nicht, wo er ist. Ach, scheiße. Oh, da. Ah, du bist doch umgefangen. Autsch, Autsch. Ach, Mann. Ja, komm, 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 komm. Hm, von wegen, sie spielt auf noch mal. Aber grüße gehen raus an Keks rufen. Weil die hier fette Menü war. Uh, ah. Nein, nein, nein. Ach, komm. Jetzt hab ich dich. Hab ich dich. Huah, 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 huah. Jawoll. Und jetzt? Hii. Schau. Ja, okay, das. Das ist nicht die Vorhinein. Oh, zu früh, zu früh. Okay, ja, zu früh, hier. Einfach da durch. Wo soll ich jetzt? Ja. Ah, nee, ich wollte doch so machen. Scheiße, scheiße, scheiße. Was ist denn los? Uh. Ach, komm. Uh, ja, genau. Das ist Heilo. Ich zähl mal mit, wie oft er mich treffen muss, damit ich sterbe. Ich zähl mal mit. Ich zähl das jetzt mal mit. Ja, das Problem ist, dass er jetzt da unten liegt. Ja, komm. Guck mal, einmal. Ja, komm. Okay, wenn er so macht, sollte ich am besten, äh, Schild machen. So, sollte ich am besten so machen. Krieg ich ins Farmer geschlagen? Was soll ich jetzt halt auch so sehen? Heilung, genau. Ja, was halt auch so sehen, ne? Komm, jetzt, treffe ich mich. Jawohl. Aufgetroffen. Was macht er jetzt? Er macht irgendwas. Jetzt kommt er. Jawohl. Ah, er macht das zweimal. Ja, das ist gut. Okay, das macht das Ding. Wasser, 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 Wasser. Hier, Bombe. Er schießt auf meine Bombe dann. Cool. Hier. Autsch. Komm. Komm. Oh, ich hab ihn abgeblockt. Ist nicht wahr. Ich hab ihn abgeblockt. Jetzt stirb. So geht das nämlich. Also geht's. Entdeckt das Relikt? Die Harpune. So und nicht Anna, würde ich sagen. So, Digga, ich habe einen Schritt. Drei Rots? Jawohl. Sieben Stück noch, dann haben wir 100. Oh, und mir ist hier. Dann können wir auch noch mal hier, Dickleben. Komm ruhig her, du kleiner Balken. Bisschen. Schön. So schön. Okay, rein. Kennert. Lass mal hier mit der Maske kicken. Hier haben wir Taben. Hier ist Warpunkt. So, dann gucken wir uns hier noch mal eben ganz kurz um. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und in der nächsten Aufnahme dann... Nächste Aufnahme dann da unten hin. Und dann kommen wir auch zu Doshi. Und dann haben wir wahrscheinlich auch das Spielball durch. Mal stark von aus. So, jetzt gucke ich noch mal hier die Sachen ab. Weil ja jetzt hier alles frei ist. Aber keine großen Erwartungen, dass wir hier was finden werden. Obwohl uns noch... Also drei kriegen wir ja noch von der nächsten... Obwohl, nee, das gehört nicht mal zum Dorf. Doch, das gehört noch zum Dorf. Also drei Rots kriegen wir ja noch dadurch. Dann sind wir bei 22. Das heißt, zwei fehlen. Definitiv. Ich meine, hier werden wir wahrscheinlich auch noch irgendwie was finden. Meditationplatz kriegen wir auch von da. Geisterpost kriegen wir safe auch von da. Blumenschreien kriegen wir wahrscheinlich einen von da. Ja, Hüte. Also hier könnte eventuell irgendwo noch ein Hut rumliegen. Bevor wir hier zurückgehen... War da nicht noch ein Weg? Hier links? War hier nicht gerade noch ein Weg? Ja, bin ich jetzt komplett verblühtet. Äh, komplett verblühtet. Ja. Hier ist kein Weg. War nur aus dem Weg. Ist aber auch kein Weg. Doch, hier ist ein Weg. Den Weg meinte ich. Hier ist ein Weg. Ist das ein anderer Weg? Das ist ein Abkürzungsweg. Von hier sind wir nämlich ursprünglich gekommen. Und da war dicht. Warte mal hier mit Maske, Maske gucken. Aber ich check hier trotzdem noch mal eben. Eben einmal durchlaufen. Auf die Schnelle. Ob wir hier was finden. Da. Ein Hut. Nein, natürlich nicht. Wenn ich was finde, ist es alles. Nur kein Hut. Was macht ihr denn da? Der fuckt schon wieder hier am rumschwimmen, du. Und die da hinten trauen sich nicht, wa? Die da hinten trauen sich nicht. Hier ist der Blumenschrein, den wir gemacht haben. Und da ist er auch schon der Boss. Ja, okay. Alles klar. Dann war es das. Schade. Kein Hut. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Ja, auch so darüber. Da, 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 da. Da, 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 da. Aber das mit der Erinnerung von Adira, dass da noch eine fehlt, macht mich auch fuchsig, ne? Weil wer weiß, wo wir die da vergessen haben. Kann ich nachgucken, ob wir hier auch geisterbohren, verfluchte Truhen, Meditationsplätze. Ne, man sieht nicht, wo man Erinnerungen her hat. Dann könnte man wenigstens ein Gebiet ausschließen, weißt, weißt, wie ich mich. Gut, dann gehen wir jetzt noch eben zum Hutmacher. Und dann soll es noch so gewesen sein. Punkt, 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 Punkt. Nächste Aufnahme mit der anderen. Ich denke mal, vielleicht noch so drei Folgen. Glaube ich. Hutmacher, wo warst du? Jetzt haben wir ja deine Deckenmasken. So, zwei, 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 zwei. Mau? Jäger! Pum! Wir hatten noch zwei Masken. Bist du? Ja, wahrscheinlich. Miau! Na, dann hatten wir nur eine Maske. Ja, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lass mir doch ein Abo da, ich würde mich freuen. Und dann... Huch. Raus da rein. Tschüss. Speichern noch. Nicht vergessen, speichern. Raus da rein. Raus da rein.